Servus ihr Lieben, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und heiße euch recht herzlich willkommen hier zu einer weiteren Vorstellung von einer Stadt. Ja, ich möchte euch heute das Safe Game Mistelsee vorstellen. Ich denke mal die Stadt heißt so, ich gehe mal schwer von aus und wir befinden uns hier in einer Stadt, die tatsächlich sehr abwechslungsreich aufgebaut ist. Ja, ich habe bei Paradox Mods wieder mal ein bisschen durchgeguckt und ich fand das Bild von oben einfach sehr interessant, wo ich mir gesagt habe, komm, das möchte ich mir mal etwas näher anschauen. Es ist tatsächlich sehr viel mit kurvigen Straßen gearbeitet worden und das hat mich natürlich dann schon interessiert, gerade wenn es nicht alles hier im Schachbrett oder sehr geradlinig aufgebaut ist, wie so Städte dann auch wirken, weil die Gebäude sich ja natürlich der Straße ausrichten und deswegen halt durch viele Kurven auch viel Bewegung in das Stadtbild reinkommt. Das heißt, die Gebäude sind ja nicht alle nur in eine Richtung ausgerichtet. Wir wissen ja, in City Skylines 2 ist ja die, sag ich mal, die Abwechslung der Gebäude ja doch schon so ein bisschen ein Problem. Also man hat oftmals sehr viel ähnliche oder gleiche Gebäude, die sich halt wirklich nur minimal unterscheiden und dadurch sind halt kurvige Straßen gerade bei der niedrigen Dichte auch sehr, sehr wichtig, weil aus meiner Sicht, weil man dann eben so durch das, dass sie halt so ein bisschen anders angeordnet sind zueinander, die Straßen, äh, die die Häuser, da ein bisschen mehr Abwechslung mit reinbekommt. Ja, und das sind so Dinge, die halt gerade bei der Stadt mich sehr interessiert haben, wie das dann eben auch wirkt, wenn man gerade mit der Kameratool vielleicht mal so ein bisschen drüber geht und guckt, wie das alles eben aussieht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist tatsächlich sehr interessant gewesen. Durch die Mischung dieser niedrigen mit der mittleren und der hohen Dichte kommt halt wirklich ein sehr, sehr cooles Stadtbild hier zum Vorschein, aus meiner Sicht. Das ist halt, ich baue sehr gerne auch mit kurvigen Straßen. Meistens in meinen Projekten bin ich auch mehr mit geraden unterwegs, aber ich versuche trotzdem immer so ein bisschen auch mit geradenen Straßen so Abwechslung mit reinzubekommen. Aber hier ist halt wirklich super viel, also mehr als ich sogar mit Kurven gebaut worden. Und ja, es sieht sehr schick aus. Die niedrige Dichte, die baut teilweise wieder ab. Das ist halt so dieser Nachteil, wenn man halt mit der hohen und mittleren Dichte dann das Ganze so ein bisschen vermischt. Ich weiß ja nicht, ob die Stadt entstanden ist, bevor der Landwirt soweit überarbeitet worden ist. Das könnte natürlich auch ein bisschen damit eine Rolle spielen. Also früher war der Landwirt ja nicht ganz so prickelnd. Das hat ja nicht so ganz funktioniert. Das geht jetzt deutlich besser. Und dadurch haben bei mir auch immer wieder die niedrige Dichte sehr häufig dann so abgebaut. Das hat mich hier auch so ein bisschen daran erinnert, weil in manchen Ecken sieht man einfach diese leeren Stellen, wo dann eben niedrige Dichte mal war. Das sind immer so die Stellen gewesen, die halt in der Nähe, ich nenne es mal von Downtown waren. Also da, wo halt die Hochhäuser und die mittlere Dichte dann auch so ein bisschen mit reingemischt worden ist. Aber ja, wie gesagt, durch das, dass man halt da mit diesen Höhen auch ganz gut gespielt hat von den Gebäuden her, ist es halt wirklich ein Traum, da irgendwo über die Stadt mit dem Kameratool so drüber zu fahren, weil diese Abwechslung halt gegeben ist und halt wirklich auch zueinander sehr, sehr gut passt aus meiner Sicht. Wir haben hier auch viel drumherum ein bisschen mit Feldern. Es gibt auch eine Ortschaft, die außerhalb gebaut worden ist, wo auch ein bisschen Landwirtschaft mehr nebendran ist, wo es sehr interessant auch aussieht, durch das, dass er halt so ein bisschen als Vorstadt so ein bisschen durchgeht. Ja, auch am Wasser gibt es natürlich Bereiche, wo ein bisschen bebaut worden sind. Die Karte als sich bietet auf jeden Fall noch viel, viel mehr Platz. Und soweit ich gelesen habe, ist es auch so ein bisschen eine Möglichkeit für die Leute. Also wurde auch so ein bisschen mit reingeschrieben, dass Leute eben hier weiterbauen können. Was er jetzt ja nicht hat, ist zum Beispiel Flughafen. Auf dem Seeweg ist nichts unterwegs, also ein Hafen oder auch Vergüter zum Beispiel ist nichts. Das sind Sachen, die man alle noch hier mit reinbringen kann. Und ich muss sagen, das Savegame läuft eigentlich auch ganz gut. Deswegen kann man da, denke ich mal, auch so ein bisschen weiterbauen, wenn man Interesse daran hat. Wie gesagt, der Platz ist gegeben. Und ja, wie gesagt, die Grundlage ist solide. Wir haben jetzt hier 210.000 Einwohner tatsächlich in der Stadt, was ich ja doch schon jetzt sehr, sehr, ja, sehr überraschend finde. Es kam mir jetzt tatsächlich nicht so vor, als würde diese Stadt so viele Einwohner auch haben. Das kommt vielleicht aber, wie gesagt, auch dadurch, dass halt viel vermischt worden ist und nicht so ein richtiges Downtown, wo ganz viele und nur Hochhäuser stehen, sondern so ein bisschen mittlere und hohe Dichte, da gibt es schon so einen größeren Bereich. Aber sonst ist es halt sehr, sehr verteilt. Aber 210.000 Einwohner fand ich dann doch schon echt viel. Ich hätte sie jetzt tatsächlich so irgendwie so ein bisschen auf 150.000 geschätzt. Jetzt halt natürlich in City Skylines Statistiken gerechnet. Also von der Optik her, im Real Life halt mit echten Städten zu verglichen, hätte ich natürlich deutlich mehr natürlich gedacht. Aber wir wissen ja, in City Skylines und auch in City Skylines 2 ist es ja mit den Einwohnern immer so eine Sache, dass die Städte halt sehr groß wirken und doch die Einwohnerzahlen sehr niedrig sind. Aber wie gesagt, ich hätte tatsächlich hier auf 150.000 Einwohner so ein bisschen geschätzt, ohne das dann irgendwie zu wissen. Aber ja, 210.000 Einwohner. Gerade der Verkehr läuft tatsächlich sehr, sehr gut. Der ist bei 70% Verkehrsfluss. Ja, das kommt aber auch wahrscheinlich dadurch, dass natürlich auch hier eine Autobahn so ein bisschen durchgebaut worden ist, die halt den Verkehr verteilt. Ich habe jetzt irgendwo keine Staus so gesehen, sondern halt so kleinere Bereiche, wo halt immer mal wieder so 5, 6 Autos hintereinander standen. Aber so einen richtigen Stau habe ich jetzt nicht wahrgenommen. Die Industrie ist auch so drumherum natürlich ein bisschen verteilt. Nicht nur die Felder, sondern auch Industrien an sich sind drumherum verteilt. Die Stadt hat glaube ich so 70 Millionen auf dem Konto, das eigentlich auch noch sehr in Ordnung ist, auch für die Größe. Und hat tatsächlich, da muss ich sagen, das hat mich doch ein bisschen überrascht. Bei 210.000 Einwohner sind knapp 75.000 Leute mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Also es gibt halt Bus, es gibt Straßenbahn, es gibt U-Bahn und es gibt Zug. Das sind so die Sachen, die hier gebaut worden sind. Und wahrscheinlich Taxi gehe ich von aus. Das habe ich jetzt nicht so geguckt. Das sind so Sachen, die hier gebaut worden sind. Ich muss aber sagen, 76.000 sind doch ein bisschen wenig. Also das ist auch noch so eine Sache, wenn man da Lust drauf hat, an der Stadt ein bisschen weiterzubasteln. Wie gesagt, für den Flughafen, für den Hafen und vielleicht für ein paar mehr Einwohner dann noch. Dann ist es so ein Ding, wo ich dann wirklich sagen würde, die öffentlichen Verkehrsmittel noch mal ein bisschen zu überarbeiten. Das wäre auf jeden Fall eine Sache, die ich machen würde, um da einfach so ein bisschen in die Nähe der 200.000 Einwohner zu kommen, die dann irgendwie unterwegs sind. Ich meine, benötigt ist es jetzt nicht unbedingt. Wenn man bedenkt, 70% Verkehrsfluss. Aber es ist einfach, glaube ich, auch ganz cool, wenn man ein paar öffentliche Verkehrsmittel hat, dass halt natürlich die auch gut verwendet werden. Ich habe die jetzt nicht im Einzelnen durchgeguckt, sondern einfach nur die Gesamtstatistik. Ich war sehr happy. Das funktioniert anscheinend noch. Wie gesagt, bei der vorigen Stadt, die mit 1,3 Millionen Einwohner, da hat die Statistik ja bei mir nicht mal mehr geladen. Deswegen dachte ich schon, das wird jetzt hier zur Gewohnheit. Aber hier konnte man da natürlich überall so ein bisschen durchgehen und sich das dann eben nochmal anschauen. Wie gesagt, eine sehr, sehr schöne Stadt aus meiner Sicht her. Auch viel schön mit Abwechslung, auch gerade mit den Gebäuden schön eingebunden. Es gibt ja auch so ein paar größere Gebäude, Rathäuser. Die große Klinik müsste es sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, das hat irgendwas mit dem Gesundheitswesen zu tun. Das sticht halt richtig raus. Ich finde diese großen Gebäude dafür echt gut geeignet, damit die Stadt einfach nicht zu langweilig wird. Und einfach so ein bisschen einen Hingucker, so ein großes Gebäude dann irgendwo so rein zu platzieren, so nahe Downtown, ist immer eine gute Sache. Gerade weil die von der Form her auch ganz, ganz anders irgendwie rausstechen. Weil die halt auch so ein bisschen kurvige Gebäude haben und halt auch so ein bisschen von der Anordnung der Gebäude, die auf diesem Platz sind, dann auch so ein bisschen verschoben sind. Gibt es ja verschiedene. Dafür sind die halt wirklich sehr, sehr gut geeignet. Ich hoffe auch in Zukunft, dass viele, viele einzigartige Gebäude nachgerückt werden, wo man dann einfach halt irgendwann dann noch mehr ein bisschen mit Abwechslung arbeiten kann für die verschiedenen Gebiete dann auch. Ja, weil wie gesagt, auch jetzt zum aktuellen Stand sticht das auch immer sehr, sehr gut raus. Und das finde ich immer eine Sache, wo ich auch immer sehr gerne mit arbeite, dass man eben die einzigartigen Gebäude dann irgendwo da mit rein verteilt. Ja, wie gesagt, ich werde euch natürlich das Savegame wieder in die Videobeschreibung packen. Dann könnt ihr euch da gerne selber ein Bild von machen. Und wie gesagt, wenn ihr Lust habt, das weiterzubauen, er hat es ja auch so mit verfasst, dass natürlich hier noch viele Baustellen halt sind. Gehe ich mal von aus. Darauf wollte er so ein bisschen hinaus, weil er eben meinte, dass halt, dass man da ein bisschen weiter bauen kann. Dafür die Stadt eigentlich gut geeignet ist. Ich muss auch sagen, wie gesagt, sie läuft angenehm, gute Performance. Der Verkehr läuft noch einigermaßen flüssig. Kann man auf jeden Fall noch mal ein bisschen einen draufsetzen. Und wenn man da Lust darauf hat, einfach vielleicht ein bisschen weiter bauen oder Sachen auch ein bisschen umbauen. Dafür ist der Platz auf jeden Fall auch gegeben, liebe Leute. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der kleinen Vorstellung hier von der wundervollen kleinen Stadt. Kleinen Stadt mit 200.000. Und ja, dann hinterlasst auf jeden Fall gerne eine Bewertung. Das wäre sehr lieb von euch. Und wenn ihr halt nichts mehr verpassen möchtet hier zu CitySkyline 2, dann könnt ihr den Kanal natürlich auch gerne kostenlos abonnieren. In dem Sinne, ich wünsche euch was. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Tiefdeut. Tiefdeut.